Hallo meine Freunde, wir spielen heute mal wieder Piggy Und es gibt zwei neue Skins. Ich würde sagen, wir kaufen uns direkt erstmal hier den ersten neuen Und zwar waren wir den ganzen Ghosty Ich habe extra ganz, ganz viele Coins gefarmt. Ich habe jetzt so viele Runden gespielt, um so viele Coins zu haben Viele haben mich gesehen. Ihr könntet gerne mal in die Kommentare schreiben, wer mich alles gesehen hat Beziehungsweise mit wem ich alles zusammengespielt habe, um diese ganzen Coins zu sammeln Weil ich habe bestimmt mit einer Million Menschen zusammengespielt gefühlt Das war echt, echt, echt anstrengend. Echt viel lange gedauert So, dann kaufen wir Ghosty mal direkt, equippen ihn Und ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach so viele Runden, bis ich Ghosty bilde Und dann sehen wir uns erst wieder, weil dann können wir zusammen Ghosty spielen Heute spielen wir einfach nur Runden, wo ich Piggy bin, okay? Das wird ja eigentlich gar nicht mal schlechter Ich würde sagen, wir suchen direkt die erste Runde Und sehen uns dann gleich wieder, sobald es feststellt Vielleicht haben wir auch jetzt schon Glück Bitte, bitte lass mich Glück haben, komm schon Und, ah, schade, okay Dann würde ich sagen, auf jeden Fall sehen wir uns, sobald die Runde losgeht, wo ich Piggy bin Bis gleich Okay, da sind wir endlich Ich muss bestimmt 10 oder 15 Runden spielen, okay Ähm, Chat, egal Brauchen wir drauf achten Und wir sind der Geist Oh mein Gott, hört ihr das? Was für ein cooler Sound Okay So, wir werden es gleich erstmal alle holen Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir die Leute holen So, let's go Das wird hier auf jeden Fall jetzt mal hoffentlich eine easy Runde Ich muss halt, wie gesagt, echt, echt lange dafür warten Dass, äh, wir Piggy werden Beziehungsweise Ghosty Okay, let's go Hallo Guten Tag Oh Mann Ghosty ist, glaube ich, der coolste Skin überhaupt Oh mein Gott Schreibt mal in die Kommentare Wie findet ihr Ghosty? Ist Ghosty auch einer eurer Lieblingskins geworden? Und das schon nach zwei Minuten? Er ist wirklich Er ist wirklich, wirklich cool Zwar ein bisschen teuer Mit 460 Coins Aber Dafür ist echt cool Ich hoffe mal, dass ich nicht so schnell gewinne Hm Ich will nicht so schnell gewinnen Wir haben jetzt eine Minute gespielt Wo ist, wo ist denn die nächsten? Hallo Wo seid ihr? Okay Ah, da hinten sind schon mal zwei Hallo, ihr beiden Guck mal, das sieht auch witzig aus Hallo Guten Tag Ich spring zu euch Oh nein Es tut mir leid Guck mal, wie glücklich er ist Man kann doch auch abtanzen, oder nicht? Warte, wie geht das denn nochmal? So Und dann schlecht Dance Okay Hm Funktioniert irgendwie nicht Okay Kein Problem So Ihr seid wieder hier reingegangen, ne? Guck mal Man, sieht Ghostie einfach hier in den Spiegel nicht Weil Ghostie ein Geist ist Und Geister sieht man hier in den Spiegel nicht Wie cool ist das denn? Oh man Ghostie ist der coolste Skin von allen Let's go Die haben auf jeden Fall schon mal den Hammer Ich weiß nicht, ob sie es da vorne schon aufgemacht haben Ne Sie haben den Hammer dahin gelegt Okay Hallo, ihr beiden Ähm Ich wollte euch mal besuchen kommen Von Geist zu Mensch So Wo seid ihr? Bleib stehen Bleib stehen Okay So Wo wollt ihr hin? Aber der Skin Ich glaube, das ist mein neuer Main Skin Der ist richtig, richtig cool Ich würde sagen Beim nächsten Mal Wenn ihr alle Bock drauf habt Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben Macht Testen wir den nächsten Den anderen neuen Skin Den Piraten Den finde ich auch echt cool Ähm Ich glaube, den nehmen wir auch nochmal mit rein Ich glaube, den Kommentar des Tages Machen wir auch noch direkt nach der Runde Bevor wir es wieder vergessen Ähm Hallo Guten Tag So Jetzt sind ja auch wieder relativ viele Leute Ihr könnt es schaffen Keine Angst Okay Dann hole ich mich Dich Ja Ja Nein, nein Du willst mich nämlich erschießen Ich will nicht erschossen werden Hallo, ihr beiden Hallo Oh, ich könnte noch Fallen setzen So Du Nein Er hat es geschafft Wie hat er das geschafft? Oh Mann Ich werde verrückt Okay So Die haben aber immer noch nicht die grünen Schlüssel Und nach dem grünen Schlüssel geht es erst richtig los So Gucken, wo der grüne Schlüssel ist Hm Ich finde ihn selber nicht Komisch So Jetzt kommt aber auch wirklich alle her Ihr braucht nur noch den Hammer, oder? Okay Ja Und die Bench natürlich Die da vorne oben drin ist Hallo Guten Tag Ich bin hier Wer noch? Ja Wohl zu hin Okay So Jetzt schneiden wir den Weg ab Und ich kriege Easy Easy peasy Easy Okay Bleibt jetzt stehen So Den haben wir Und jetzt holen wir euch noch euch beide So Hallo Guten Tag Okay Sie macht da vorne schon sehr, sehr fleißig auf Aber kein Problem Oh yeah Mit meinen super Spezial-Tricks Habe ich nicht bekommen So Da vorne Das holen wir auch noch Okay Das war nicht dumm So Jetzt lass mich aber hier endlich gewinnen Ich habe Angst, dass ich es schaffst abzuhauen Hallo Bleib hier Oh yeah Game over Ich bin der beste Geist überhaupt Ich habe alle zu Geistern gemacht Okay Ich würde sagen Wir sehen uns einfach in der nächsten Runde wieder Ob ich Piggy werde oder nicht Vielleicht haben wir auch Glück Und wir werden Wir spielen Infektion Aber das werden wir gleich sehen Bis gleich Okay Let's go Wir sind hier wieder auf der Karte Und spielen wieder Neue zum Iron-Runde Und Piggy halt Ähm Wir sind leider nicht Nicht äh Äh Piggy geworden Wegen dem neuen coolen Skin Aber egal Den hatten wir gerade eben schon schön So Genau Schreibt mal super gerne in die Kommentare Wie ihr den Skin findet Ob es auch Einer der neuen Lieblingsskins Jetzt geworden ist Und Was wir auch direkt noch machen Ist das Kommentar des Tages Kommentar des Tages Ist von RitterX Du hast einen richtig coolen Skin Und eine richtig coole Stimme Vielen, vielen lieben Dank Das freut mich sehr, sehr zu hören Dass dir das gefällt So Let's go Piggy erstmal für 20 Sekunden Down Du bräuchst das Holzbrett Hallo Holzbrett Wo bist du? Okay Er hat den Orangenschlüssel Dann holen wir direkt den Silbenschlüssel hinten raus Okay Du willst es machen? Sehr gut Dann gehe ich mal hier vorne rein Mal gucken, ob hier irgendwo das Holzbrett liegt Nein Es liegt hier nirgendwo Okay Wo könnte das Holzbrett sein? Hier ist es auch nicht Hm Okay Dann würde ich sagen Okay Hier sehen wir es auch nicht So Dann würde ich sagen Lass wir die eine oder andere Sache machen Und wir suchen andere Sachen Okay Perfekt Genau das haben wir sogar nicht zu geschafft So Sie macht glaube ich den Hammer Okay Hast du den Hammer genommen? Sehr gut So Da habt ihr auch alles Ihr seid ja hier ruckzuck Superschnell Ihr müsst ja absolut gar nichts machen Und alle anderen machen schon alles sehr gut Das gefällt mir So Die nehmen wir trotzdem Wir haben jetzt einfach schon alles geschafft Wenn ihr mit dem Hammer jetzt hier vorne noch alles aufmacht Hm Wo willst du hin? Der Hammer muss auch nur hier vorne hin Okay Ich glaube wir haben das Ding jetzt gewonnen Ich löse mal hier noch die Falle aus Oh sehr gut Ich glaube das ist sogar eine absolute Spitzenzeit oder? Waren wir jemals so schnell? Genau Falls ihr auch mal Kommentare des Tages wählen wollt Lasst einfach ein liebes Kommentar Um ein wenig Glück Wählt ihr mal Kommentare des Tages Oh nein Da liegt schon wieder jemand Aber egal So Genau Mit einem wenig Glück Wählt ihr mal Kommentare des Tages Und Oh Wo ist der Hammer? Wer hat den Hammer wo hingelegt? So Das war schon mal ganz schön knapp Der weiß nämlich was ich machen wollte Okay Ich glaube die Tür hinten ist offen Ich glaube wenn ich es richtig gehört habe Ist es hinten offen Ich habe zumindest irgendwas gehört Oh yeah Und die Tür ist offen Haben wir laufen nochmal rein Und warum noch ein Peggy zu ärgere Dass Peggy stinkt Oh da ist noch jemand In der Falle gelaufen Aber du Peggy Du hast keine Schocks Juhu Perfekt Ich würde sagen Wir beenden dann für heute das Video Vielen, vielen lieben Dank Für uns zu gucken Ich glaube für euch hat das Ding Echt genauso gut gefallen wie mir Ich muss echt viele Runden spielen Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüss Tschüss